Hi Steven, ich wollte dir nochmal mein YouTube Epsilon mal zeigen und hier mal so ein bisschen kämpfen. Vielleicht mal so... Scheiße. Vielleicht irgendwie so dunkler machen. Da, ach egal. Ähm, jetzt gerade mal hier unten, dann... Okay, nee, so hoffentlich. Vielleicht nicht, ob du das so ziehen kannst. Vielleicht gleich mal noch. Ein Stückchen weg. Geht das? Ah, ne. Ah, Scheiße. Doch. Ja, hier hast du. In dem Bereich geht das. Da hast du... Also hier ist Megamir-Tür geschlagen. Und das ist die Vorentwicklung von Barnett Schuppert. Oh, Crawl. Ähm, warte, dann kommt er durch Abschlag. Weg. Na 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 na. Gut. Und erreichst dann noch ein Level. Und ja, ich hab den Trasser gefangen. Hm. Uh. Erreich... Okay, äh, dann Doppelteam. Und gerade nur zur... Links... Da hinten bricht... So, ähm... Hier... Hier unten... Bayonet Neat. Äh... Warte. Hier. Bayonet Neat. So. Jetzt kannst du dir auch gerade mal das Wissen zeigen, was dich glaube ich nicht interessiert. Ja, das Mädchen kennst du doch. Dann... Hier ein Licht, äh, mit den Wissen naiv. Etwas still. Hat den Flammkörper. Dann hier mein Crassler. So. Und hoffentlich hat dir das Video gefallen, Steven. Also... Da ist das Beweis. Es gibt in X und Y Bayonetten mit. Also... Bis irgendwann nochmal Steven.